Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, in den letzten beiden Episoden oder in den letzten drei Episoden ging es schon um das Thema authentische Sichtbarkeit und wie Du feststellen kannst und wie Du herausfinden kannst, was die richtigen Marketing-Kanäle für Dich sind. Und heute möchte ich genau an dieses Thema anschließen und mit Dir darüber sprechen, wie kannst Du denn rein faktisch herausfinden, was Deine Marketing-Aktivitäten bringen, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Und da sind wir dann eben beim Thema Analyse und Optimierung und darüber möchte ich heute mit Dir sprechen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und in diesem Podcast erfährst Du als Online-Selbstständige und Unternehmerin, wie Du mehr Ordnung in Deinem Marketing-Chaos bringen und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. In diesen Quick-Tipps zeige ich Dir, wie Du in nur fünf Minuten ein wichtiges Learning für Dich und Dein Business mitnehmen kannst. Viel Spaß dabei! Ja, wie ich es schon in den vergangenen Episoden gesagt habe, Mehr Sichtbarkeit durch die richtigen Marketing-Aktivitäten geht eben nur dann, wenn Du die richtigen Marketing-Aktivitäten für Dich gefunden hast und wenn Du auch faktisch feststellen kannst, was die Aktivitäten auf bestimmten Marketing-Kanälen Dir bringen. Und da kommt man natürlich im Online-Business an den Themen Analyse und Optimierung nicht vorbei. Das heißt, es ist einfach super wichtig, dass Du Dir bestimmte Zahlen in Deinem Business regelmäßig anschaust, weil Du diese Zahlen brauchst, um zum einen natürlich die Effektivität von Maßnahmen feststellen zu können. Also sprich, wie kannst Du Deine Maßnahmen, ja, die Wirksamkeit Deiner Maßnahmen feststellen? Der zweite Punkt ist, dass Du nur mit verlässlichen Daten eben auch wichtige Entscheidungen und zielgerichtete Entscheidungen treffen kannst. Das heißt, wenn Du zum Beispiel feststellst, ja, ich bin auf dem Kanal so und so viele Stunden in der Woche aktiv, ich finde darüber aber nur so und so viele Kunden, dann ist es einfach eine ganz einfache Rechnung, ob sich dieser Marketing-Kanal für Dich rentiert. Und da gilt es dann eben zielgerichtete Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich mache da jetzt so weiter oder ich mache vielleicht auf dem Kanal weniger oder ich lasse den Kanal ganz bleiben. Und dazu gehört dann im nächsten Schritt auch die Erfolgskontrolle, nämlich, dass Du mit dem Tracking Deine Erfolge auf bestimmten Kanälen und mit bestimmten Maßnahmen feststellen kannst und so eben auch Deine Marketingziele überwachen und optimieren kannst. Und für dieses Tracking gibt es verschiedene Möglichkeiten und auch verschiedene Zahlen, die Du Dir anschauen solltest. Und mir ist es ganz wichtig, Dir heute ja keine mega lange Latte von wichtigen KPIs, also von wichtigen Kennzahlen mitzubringen, sondern Dich eher zu sensibilisieren, für Dich selber festzustellen, was sind denn die Parameter oder die Zahlen in meinem Business, die mich interessieren. Das ist natürlich oder wahrscheinlich zum einen der Umsatz oder der Gewinn, die Anzahl der Kunden vielleicht. Das kann aber auch sein, dass Du gerne wissen möchtest, wo kommen die Besucher von Websites her? Kommen sie eher über Suchmaschinenoptimierung oder kommen sie über Social Media Kanäle? Kommen sie zum Beispiel über Pinterest oder über Google? Dass Du Dir anschaust, wie sind Deine Engagement-Raten, also sprich die Interaktion mit Inhalten, die Du bereitstellst und deren Auswirkungen auf die Markenbindung. Dass Du Dir auch anschaust, wie bestimmte Marketingkanäle wachsen. Zum Beispiel kannst Du das ja bei der Newsletterliste ganz gut an den Neuermeldungen und an den Abmeldungen feststellen oder an den Followern auf einem Social Media Kanal oder an der Anzahl der Website-Besucher, also an der faktischen Anzahl der Website-Besucher. Und natürlich kannst Du Erfolge von Marketingaktivitäten auch an der Conversion Rate messen, also indem Du schaust, wie viele Verkäufe Du an wie viele Personen erzielt hast. Okay, also nochmal ganz wichtig ist mir zu sagen, es ergibt nur Sinn, die Zahlen zu tracken von Marketingkanälen, die man auch als wichtig erachtet. Ja, wenn ich sage, als Beispiel, mir ist Instagram wichtig, ich poste aber parallel auch auf Facebook, dann muss man aus meiner Sicht die Facebook-Zahlen nicht unbedingt tracken, weil das ist quasi ein Mitnehmen-Produkt, ja. Ja, ich persönlich tracke wirklich nur die Zahlen auf meinen wichtigsten Kanälen, also sprich meiner Website, ich schaue mir an, was der Blog macht, ich schaue mir an, was der Podcast macht, ich schaue mir an, was LinkedIn macht und was meine Newsletterliste macht. Und das war's, ja. Mehr interessiert mich nicht, ob ich auf Instagram, und damit möchte ich nicht die Personen, wie soll ich sagen, bashen, die mir folgen, ja. Aber ob ich auf Instagram, wo ich nicht aktiv unterwegs bin, 600 oder 700 Follower habe, das spielt für mich insofern keine Rolle, als dass ich da marketingmäßig nicht aktiv bin. So, und deswegen schau dir unbedingt nur die Kanäle an, die auch tatsächlich relevant für dich sind. Und dann kannst du und solltest du für dein Tracking unterschiedliche Tools benutzen oder kannst du benutzen. Da stellt sich immer wieder die Frage, zum Beispiel Google Analytics oder Matomo, Beides Möglichkeiten oder beides Tools zur Web-Analyse. Das heißt, du kannst darüber schauen, wie das Verhalten der Besucher deiner Website aussieht, wie viele es sind, was sie machen, welche Wege sie gehen, ob die Kundenreise funktioniert etc. pp. Ob du dich für Google oder Matomo entscheiden solltest, ist Glaubensfrage, denke ich. Ich habe lange Jahre Google Analytics benutzt und bin jetzt auf Matomo umgestiegen, wobei das für die Art der Zahl oder über, ja, nee, wie soll man sagen, wobei das für die Art der Kennzahl natürlich egal ist, ja. Also ich würde bei Google die gleiche Kennzahl abrufen wie bei Matomo. Ich nutze eben nur ein anderes Tool dafür. Und dann gibt es natürlich jede Menge Ressourcen, die du nutzen kannst, um ja dich beim Tracking und bei der Analyse deiner Zahlen unterstützen zu lassen. Es gibt Online-Kurse und Webinare zum Thema Datenanalyse und Marketingoptimierung. Da kann ich dir meine liebe Kollegin Karin von Tiller Digital empfehlen. Schreibe ich dir auch in die Show Notes. Sie hat ganz tolle Kurse und Programme zum Thema Analytics, gerade auch bezogen auf Google Analytics. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, dich zu Matomo zu informieren. Da kann ich dir zum Beispiel meine Kollegin Sarah Menzelberger, die Technikelfe empfehlen, die inzwischen auch mit ihrer Technikelfe Matomo empfiehlt für die Nutzung. Genau, also da gibt es immer Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Wichtig ist mir an dieser Stelle einfach, da habe ich auch letzte Woche in der Episode drüber gesprochen, zum einen solltest du natürlich die Marketingkanäle für dich rausfinden, die dir gut tun, mit denen du dich wohlfühlst und die du für dich als am besten herausgefunden hast. Und wenn du das gemacht hast, ist es aber eben auch wichtig, dass du dir die harten Datenzahlen und Fakten anschaust und dass du trackst und analysierst, aber nur so viel, wie es nötig ist und wie es dich nicht überfordert. Ja, das heißt, fang in ganz kleinen Schritten an. Schau dir vier oder fünf der wichtigsten Kennzahlen an, zum Beispiel Website-Besucher, woher kommen sie, also welches ist der stärkste Zulaufkanal, zum Beispiel Google oder Pinterest oder whatsoever, gegebenenfalls einen Social-Media-Kanal, den du gerne nutzt, deine Newsletter-Zahlen tracken und ja, das sind aus meiner Sicht die allerwichtigsten. Also bei der Website vielleicht nicht nur, woher sie kommen, sondern wie viele Website-Besucher du auch hast, damit du siehst, ob da ein stetiger Anstieg der Zahlen ist. Und dann kannst du, wenn du das eine Weile machst und du hast diese Zahlen jeden Monat getrackt, na ja, da geht es noch um die Analysefrequenz, ja, monatlich oder wöchentlich, hat beides seine Vor- und Nachteile natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tracke monatlich, das heißt, ich schaue mir grundsätzlich monatlich meine Zahlen an, außer ich fahre bestimmte Kampagnen oder ich mache bestimmte Werbemaßnahmen, dann schaue ich auch schon mal öfter in meine Zahlen, um da gegebenenfalls nochmal irgendwie nachsteuern oder gegensteuern zu können. Aber wenn du es schon mal schaffst, einige Monate nacheinander die vier, fünf, sechs wichtigsten Kennzahlen in deinem Business zu tracken, dann ist das schon echt eine gute Sache. Und wenn du dir dabei Hilfe wünschst oder da auch nochmal drüber sprechen möchtest, kannst du mich jederzeit gerne ansprechen. Schreib mir einfach eine E-Mail an info.silkeschönweger.com Und ja, das war es schon wieder mit dieser Episode. Zehn Minuten ratzfatz vorbei. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Alles im Griff im Online-Marketing. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche. Dann lass es dir gut gehen. Deine Silke Schönweger Ich wünsche dir eine E-Mail an. 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 Ich wünsche dir eine E-Mail an.